Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus dem Videokurs fotografieren für Anfänger. Heute mal ein Video zum Thema, wie kann ich den Hintergrund eines Fotos richtig schön und scharf machen? Denn ich habe jetzt hier mal so ein paar Blumen gefunden und die möchte ich jetzt mal fotografieren und ich zeige dir jetzt mal gleich das Ergebnis. Zack, so mal ein Foto gemacht. Jetzt ist der Hintergrund sehr, sehr scharf. Das heißt, das Motiv, also die Blume, hebt sich gar nicht wirklich vom Hintergrund ab und ich möchte diese Blume gerne so ein bisschen isolieren von dem restlichen Bild und deswegen möchte ich den Hintergrund unscharf machen. Dafür gibt es insgesamt drei Methoden, die ich anwenden kann, um den Hintergrund unschärfer zu machen. Methode 1 wäre jetzt die Blende weiter öffnen. Das haben wir ja damals schon gelernt. Mit einer weiter geöffneten Blende hast du weniger Tiefenschärfe und das bedeutet, dass die Schärfeebene kleiner wird und wenn ich jetzt den Fokuspunkt auf die Blume setzen würde, dann wird der Hintergrund dadurch unschärfer. Machen wir das einfach mal. Ich hatte gerade eben Blende 11 und jetzt gehe ich mal richtig weit runter, so auf eine Blende 2.8. Muss jetzt natürlich die Verschlusszeit und den ISO-Wert vielleicht noch ein bisschen gegen korrigieren. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Wieder fotografiert und jetzt sieht man schon den krassen Unterschied. Also wenn ich jetzt die beiden Fotos mal miteinander vergleiche, Blende 11 und Blende 2.8, dann sieht man schon, dass der Hintergrund wesentlich unschärfer geworden ist. Man kann aber natürlich noch mehr machen. Neben der Blende, die ich öffnen kann, kann ich auch den Abstand zu dem Motiv verringern oder vergrößern. Und je näher ich mit der Kamera an dem Motiv dran bin, was ich fotografieren möchte, was im Hauptfokus sein soll, desto mehr ist die Relation, der Abstand also hier zwischen dem Hauptmotiv und der Kamera und dem Hintergrund, die wird halt immer größer. Und auch das beeinflusst, wie unscharf der Hintergrund wird. Ich probiere jetzt mal so nah wie möglich ranzugehen. Jedes Objektiv hat natürlich noch eine andere Naheinstellgrenze. Ich probiere jetzt so nah wie möglich ranzugehen, bis die Kamera auslöst. Und jetzt sieht man auch schon, wenn ich jetzt einmal nah rangehe und jetzt mache ich das einmal von weiter weg, der Unterschied. Wenn ich nah dran bin, ist der Hintergrund unscharf. Wenn ich weit weg bin, dann ist der Hintergrund wieder wesentlich schärfer. Das liegt einfach an der Relation zwischen dem Abstand von Kamera und Hauptmotiv und dem Hintergrund. Wenn der Abstand sehr klein ist und der Abstand nach hinten sehr, sehr groß, dann wird der Hintergrund entsprechend unscharfer. Und je weiter ich dann jetzt hier weggehe von dem Motiv, desto mehr Abstand ist hier logischerweise dazwischen. Und dann ist die Relation zwischen dem Abstand und dem Abstand hinter dem Motiv deutlich geringer. Das ist also Möglichkeit Nummer zwei. Und Möglichkeit Nummer drei ist dann eine andere Brennweite. Ich bin hier nämlich im Moment bei 14 Millimetern gewesen. Wenn ich jetzt mal 70 Millimeter nehme, also das Blickfeld wesentlich enger mache und mir das Objekt näher ranhole, ist das auch noch eine Methode, wie ich mehr Unschärfe in den Hintergrund bekommen kann. Dafür muss ich jetzt aber einmal ein Objektiv wechseln. So, jetzt habe ich hier das 24 bis 70 Millimeter Objektiv drauf und jetzt gehe ich mal wirklich direkt auf 70 Millimeter. Jetzt kann ich nicht mehr ganz so nah ran, aber durch die Brennweite wird das Ganze ausgeglichen. Und jetzt probiere ich trotzdem wieder so nah wie möglich ranzugehen. So nah wie der Autofokus es noch zulässt. Und mache wieder ein Foto. Und jetzt guckt ihr mal den Hintergrund an. Jetzt haben wir hier mit einer offenen Blende fotografiert. Wir waren so nah wie möglich an dem Hauptmotiv dran und wir haben gleichzeitig noch eine hohe Brennweite benutzt. Und jetzt schau dir mal an, wie unscharf der Hintergrund geworden ist und wie schön wir diese Blume hier von dem Hintergrund separiert haben. Wenn wir alle drei Methoden quasi miteinander kombinieren, dann wird der Hintergrund richtig unscharf. Wenn du nur eins davon machst, dann kriegt man auch schon ein gutes Ergebnis hin. Aber wenn man alles drei miteinander kombiniert, dann ist es umso besser. Und das funktioniert natürlich genauso zum Beispiel in der Portrait-Fotografie. Wenn ich da die Person quasi freistellen möchte vor dem Hintergrund, dann nehme ich eine etwas weitere Brennweite. 85 Millimeter, 100 Millimeter, 200 Millimeter. Ich probiere möglichst offenblendig zu fotografieren. Und ich probiere auch so nah wie möglich an der Person dran zu sein. Und ich probiere die Person auch nicht direkt an eine Wand zu stellen, sondern dass die Person nach hinten raus möglichst viel Platz hat. Das ist der entscheidende Faktor, dass man dann auch wirklich einen richtig schönen unscharfen Hintergrund bekommt. Wenn die direkt an der Wand dran steht, wie soll dann der Hintergrund unscharf werden? Funktioniert gar nicht. Weil die Schärfeebene viel zu nah dran ist an der Wand. Sondern wenn ich jetzt 100 Meter nach hinten Platz habe, dann wird alles richtig unscharf. Also, diese drei Methoden miteinander kombinieren. Und dann bekommt man richtig schöne Fotos hin. Und jeder, der nichts mit der Fotografie zu tun hat und solche Bilder sieht, wo der Hintergrund so unscharf ist, der assoziiert damit gleich, der kann ja richtig gut fotografieren. Dabei sind es nur ganz simple Tricks, aber das reicht schon aus, um die Leute zu beeindrucken. Deswegen mache ich jetzt noch ein paar Bilder hier von den Blumen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Lektion wieder. Jetzt bist du wieder dran. Hol deine Kamera raus. Mach das Ganze einmal nach. Probier, wie das Ganze bei dir funktioniert. Offenländisch fotografieren. Nah an das Motiv heran. Und gleichzeitig auch noch eine Tele-Brennweite wählen. Los geht's! Wirklichkeit. Vielen Dank.